Ja, Mann! Schön. Der selbst geht. Ich werd verrückt. In Abbadern. Lass den Füchse gehen, aber den hauen wir raus. Nein, hau den nicht. Sein Punkt, hilf mir! Ich kann nix machen, bin ich oben. Lars, Lars, umdrehen, umdrehen Lars. Dreh auf, Fink. Nein! Und tschüss. Oh, jetzt. Statt auf Konsole verlängert bei Alpine. Überall ich. Jaaah! Jaaah! Schön, Lars! Nice! Schön, das war nicht mehr. Mann, Felix. Was ist denn hier oben los? Ich bin im Loch. Ich bin im Loch. Was ist denn hier los, Alter? Ja, alle Spieler sind hier. Mann, Felix. Jeder ist hier. Wer ist der Gelbe? Ach, der Weiße ist Lars. Ich kann mich nicht bewegen. Verfisst euch hinter mir, what the fuck. Nein! Seppo, ich werd getargetet, das ist unfair. Ach du, Felix. Ich bin tot. Alles gut, alles im grün, alles im grün. Da ist schon das Loch gewesen. Nein, nein. Du kannst dich nicht bewegen. Seppo! Du kannst dich nicht bewegen, ich lebe auf dir. Beruhig dich Seppo, beruhig dich. Ich lebe doch nicht auf dir. Seppo geht's dir gut vor, und ich bin hinter dir. Naja, der kann mich gern begraben. Nein! Ich wollte ihn treffen, tu beleid. Ein bisschen verfehlt. Alter Krieger! Galvin! Galvin. Schade. Aber jetzt kommt jemand, der Galvin. Ach, ich schaffe ihn so. Das ist gar... Oh, Seppo! Hohohoho. COOOhouh! Szpểee. Ich spiel was du catalystin in Buhl da. Rechts. Ist grad Seppo übersprachend oder? JAAA! Ich hab industry hinterher geschickt. Ja, das werde ich mit D нем. Hey, ich sterb jetzt nicht direkt, oder? Jetzt zwei Sekunden da und wirklich umfиб. ich habe alle umgebracht sogar eine stadt umgebracht ich werde schon wieder verfolgt ich habe es nicht ich habe mich ich bin vom Ball gefahren kommt in die Freiheit ich habe da meinen Teammate runtergekommen ist mir aufgefallen rot rot ich lebe weil der blaue ist auch am strom hhhhhh Lars er kommt einfach kurz einmal auf die Strecke und fällt einfach raus ich lebe halt einfach schade ja ich weiß nicht was du machst komm 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 lass mal schneller reden für Josef nein ich bin zuhör ne 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 das ist auch so hässlich ja komm 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 jaa nein FF ich fahr über ihn rüber was ist das... jaa ich hab ein gutes Auto ja 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 jaa wir sind alle drei hoch wie gut ich in mir kann's ja gern machen Das ist so nervig. Aber Lukas, Lukas, die hat nen Karte in der Augen. Nein! Ja, ich hab Phönix getötet. Achtung, Calvin. Fick dich. Oh Gott, Lukas hab ich. Alles gut. Wieder aufgestanden. Laut Hine. Jesus. Wer ist da geflogen, bläch? Ich glaub das war ein Geh. Das war Kölner. Ja, aber was hast du denn wieder erwartet? Komm, komm, komm. Nein, 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 nein. Bremsen. Nein, der nächste. Nein, nein. Der Zug hat keine Bremse. Schukabliat. Raskabliat. Das war schon mal mit Cepo. Raspi, Schukabliat. Was macht mir denn da? Lukas, ich stopp dich. Ich brems dich. Ok. Ja, sicher. Was soll ich denn machen? Lass ihn dir doch unterschieben, Diggi. Was? Schieb den runter. Und du ballerst vor dir hin rein. Aaaaah, bitte! Schattenmann, Köln! Ich bin aber wieder 10-0-8, bis gleich. Ey, Diggi! Ich bin aber wieder 10-0-8, bis gleich. Oh, Alter. Seppo, was war das für ein Slide, Alter? Das war ein schöner Slide. Ich find's nicht. Zwei sind weg. Zwei weg. Läuft one. Er liegt, er liegt, er liegt. Warte, warte. Ja, easy. F***ing blöd. Fick dich denn auf. Ich mach den Livestream erstmal. Ich mach den Starler. ZDF live stream. Oh, er läuft auf Aldi. Oh, ups 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 ups. Arum. Komm, 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 Ja, Mann! Alter, wer war das denn jetzt? Hey, wir haben ja auf dem Livestream gemacht. Nein! Oh mein Gott! Oh, 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 Oh! Oh, 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 oh! Der Roll, der Roll, der Roll, der Roll, der Roll. Komm, 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 komm. Ja, gelbe? Ja, ja, ja. Wozu muss man eigentlich fürs Fernsehen? Stabin Gamer auf der Seite. Stabin Gamer auf der Seite. ARD und ZDF im Fernsehen im Internet gucken können. Jawoll, dein Gelbe ist runter. Und einfach neben dir fahren. Wo ist Synaptic, wo ist der? Wingo Problem, er erregt. jeden Fall von euch, dass ihr mich nicht geklebt habt. Ja, ich hab dich grad geschützt. Aber Seppo ist weg. Wer das darf... Wer das darf... Deppo fliegt schlafen! Deppo fliegt schlafen, oder? Strong boys! Lars! Wer ist er jetzt? Lars, ich hasse dich. Ich hab hier so ne kleine Dreckskarre. Nicht zu schnell, Lukas, nicht zu schnell. Oh, Sebski! Ja, oh nein, der ist weg! Was fliegt hier ab? Was ist hier los? Ah, der Gelbe, der ist richtig am Nerven, Alter. Da ist ja gar keiner mehr da. Ups! Ne, au! Ah, Lars, nein! Oh, ne, das war Felix. Ja, hier ist er! Oh, nein! Der Rote, der Rote, der Rote, der Rote, der Rote! Hä? Ja, der ist grad eingestiegen, Forst. Was ist mit dem Weißen los? Nein! Nein, bitte nicht! Warte, warte, warte! Das ist die traurigste Runde meinem ganzen Leben. Ach, Lars! Wer war der Weiße, der gerade ins Lach gefallen ist? Ich hab mich einfach direkt überdreht, Alter! Er hat sich abprobiert, oder? Alter, Calvin! Oh, nein! Nein, 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 nein! Was? Calvin hat's überlebt? Nein! Nein, Felix! Calvin, kannst das mal bitte klippen, warte, ich klipp das auf. Haha, okay. Zipp doch nichts. War doch schlecht. Discorned! Mich hat der Eichelkäse gekillt. Calvin muss das so klippen, Alter, der hat sich jetzt so krass gesaved. Ich höre, als ob nur noch Felix lebt bei uns. Das ging's los. Los Felix, bestäub ihn! Ich will auch nicht zu mir da reingehen! Ich lebe noch! Oh mein Gott, der Gelbe! Oh, der Blaue! Oh, der Blaue! Oh, der Blaue! Oh, ist schon weg! Was? Warum ist Felix so nicht? Warum? Das war's jetzt. Alter! Wir hatten alle, Felix und ich, hatten so einen kranken Trave und beide direkt danach runtergefallen. Alter! Kann man den da rausziehen, Alter? Ja, halt auf! Wow, das war's. Hurensohn.